Okay, die Folge hat etwas anders angefangen, als ich es mir gedacht hatte. Wir haben eine Küste gesehen und zwei Mädchen, bzw. eine etwas ältere und ein etwas jüngeres Mädchen. Und die beiden waren dabei, gerade Zombies zu töten, bzw. das Mädchen war dabei, Zombies zu töten. Und dann lag Tara an dieser Küste, an einem Strand. Und die wurde halt gefunden. Und bevor das Mädchen die halt getötet hat, hat das ältere Mädchen... Weißt du noch den Namen von ihr? Also ich weiß es gar nicht mehr, wie sie hieß. Nee, schon zwei Tage her weiß ich nicht mehr. Schon zwei Tage Kurzzeitgedächtnis hilft nicht. Ja, auf jeden Fall hat sie halt gesagt, dass sie die bitte nicht tötet. Also das war so der Ausgangspunkt, bevor das Intro wirklich kam. Ja, wir haben schon vorher gewusst, dass wir Tara und Heath sehen. Aber dass das so eine Standalone-Folge wieder wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil jetzt hat AMC wieder so einen Trick gemacht, den die vorher bei Staffel 6 schon mal gemacht haben. Und zwar, die haben am Ende von Staffel 6 auch Szenen gezeigt in der nächsten Folgen-Preview, die eigentlich da gar nicht dran kamen. Um so ein bisschen noch den Hype aufzubauen und so weiter und um Spannung halt dann in der Folge rauszunehmen. Denn eigentlich sollte das Sanctuary ja noch kommen, aber die Szenen mit dem Sanctuary waren leider nicht in der Folge drinne. Das war wirklich eine reine Standalone-Folge wieder, nur um Terra. Naja, am Ende warst du doch noch ein bisschen Alexandria. Ja, du hast recht. Nicht komplett eine Standalone-Folge. Ja, da hast du recht. Am Ende hat noch Rosita. Gut. Auf jeden Fall, der Kern in dieser Episode lag ganz eindeutig bei diesem Dorf von den Frauen, wo diese ältere Oma da irgendwie sozusagen die Herrscherin war. Okay, wir haben die Folge ja alle gesehen. Wir wollen die jetzt noch so ein bisschen analysieren. Also, wir können also einfach nur besprechen. Terra ist halt neugierig gewesen und wollte in dieses Dorf gehen und, ja, wurde dann halt von diesen sehr feindseligen, wir wollen die denn jetzt mal nennen, um das so ein bisschen abzukürzen, Frauen, Küstenbewohner, wie auch immer da. Auf jeden Fall fand ich schon mal krass, dass die, also Terra und Heath so weit weggekommen sind. Vielleicht sollte man auch noch mal kurz erwähnen, dass Terra und Heath getrennt wurden und dass, ja, Terra, wie gesagt, dass sie in so eine brenzlige Situation geraten sind und Terra sich dann von der Brücke geschmissen hat ins Wasser und wurde dann halt bewusstlos, während Heath, der ist weggefahren mit dem Wohnmobil, ne? Ich glaube schon, den hat man aber auch in Alexandria nicht mehr gesehen. Also ist die, entweder ist der noch woanders hängen geblieben und hat da irgendwas untersucht oder der ist halt schon da, aber man hat den nicht gesehen. Ja, genau, das war halt so eher, das war halt wieder offscreen, ob man jetzt weiß, ob er da ist. Das ist jetzt die Frage. Gut, auf jeden Fall ist Terra eigentlich relativ feindselig empfangen worden. Wir haben erfahren, dass allgemein diese Frauen in diesem Dorf an der Küste mit ihren Feinden, also mit fremden Leuten brutal umgehen. Und wir haben auch erfahren, dass diese, ja, Frauengemeinschaft auch Opfer von den Saviors wurde. Also die Saviors sind auch über die hergefallen und haben die Männer von denen getötet. Und ich muss sagen, das gibt es ja im Comic jetzt eigentlich nicht. Diese Frauengemeinschaft und ich frage mich, oder jetzt stellt sich mir natürlich auch schon direkt die Frage, wird das vielleicht im späteren Krieg gegen Negan auch noch von Bedeutung sein, dass dieses Frauendorf dort existiert? Also was würdest du denn sagen? Denkst du auch, dass die, ähm, dass die am Ende gegen Negan auch kämpfen werden? Oder denkst du, dass sie jetzt einmal gezeigt wurden und dann lassen die die einfach links liegen? Nee, ich denke auf jeden Fall, dass die da noch irgendeine größere Rolle spielen. Ja, also es wird auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Weil ich denke auch, wenn wir das jetzt mal nicht so gerade von, ähm, ja, der eigentlichen Handlung her betrachten, ist das ja auch sehr aufwendig, dieses Set und so zu produzieren, die ganzen, ähm, ja, die ganzen Kostüme und so weiter. Das alles halt zu machen, war natürlich auch sehr aufwendig und das nur irgendwie eine halbe Stunde in der Folge zu zeigen, ähm, ja, da hätte sich der ganze Aufwand halt einfach nicht gelohnt. Und deswegen denke ich mir auch, dass die höchstwahrscheinlich noch eine Rolle spielen werden. Gut. Ähm, ja, Terra hat auf jeden Fall sich im Verlauf der Folge mit denen auch angefreundet. Ihr wurde sogar angeboten, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Aber sie hat dankend abgelehnt und, ähm, ja, ist am Ende mit zwei Leuten zu dieser Brücke gegangen, wo die, ähm, ja, Heath auch verlassen hat. Und dann hat sie sich einfach nochmal losgeschlagen und wollte halt wieder wegrennen und halt so Trouble machen. Und, ähm, ja, da frage ich mich dann jetzt auch wieder, wieso hat die sich denn jetzt eigentlich noch losgeschlagen? Das hat für mich gar keinen Sinn gegeben. Wie meinst du das jetzt? Ja, die hat sich da doch noch... Nee, nee, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Oder... Dieser Zombie hat sie diesen Zombie da, ähm, in diesem, ähm, Gestrüpp da entdeckt haben, meinst du? Also da, wo die am Ende mitbrücken... Also die sollte ja zu dieser Brücke eskortiert werden. Ja, ja, und da haben die ja diesen Zombie im Gestrüpp gesehen, die Terra dann töten wollte. Ja. Und die hat das gemacht, weil die schon gesehen hat, dass diese andere Frau da, die die begleiten sollte, so ein fettes Messer gezuckt hat, um, glaube ich, Terra umzubringen. Und dann hat die gesagt, ja, ich mach das, ähm, da wollte die gerade töten und ich hab weggerannt, weil die schon mit der Waffe auf die gezielt haben und die dann abknallen wollten. Also die haben... Ach so. Ja, ja. Ach so, ja, gut. Die wollten die sowieso beseitigen. Okay, ja, ich hab die Folge... Ich hab die Folge jetzt nicht noch ein zweites Mal geguckt, aber auf den ersten Blick hat es sich für mich eher so, ähm... Also sah es halt eher so aus, als wäre Terra einfach weggerannt auf eigene Faust, aber dass sie die halt töten wollten, äh, ja gut, das hab ich jetzt nicht direkt gesehen. Ähm, auf jeden Fall war ja auch noch dieses andere Mädchen vom Anfang auch da, also Terras Freundin in Anführungszeichen, sag ich jetzt einfach mal dazu. Äh, die hat ja Terra dann auch, äh, auch am Ende wirklich eskortiert und da halt zur Brücke gebracht. Ähm, ja, diese Geschichte mit Heath hatten wir erzählt, dass der, dass sie da tatsächlich in, äh, ja, dass sie da ziemlich viel Ärger hatten auf dieser Brücke mit den ganzen Zombies. Und, ja. Du dachtest doch sicherlich auch, dass der gestorben wäre, also dass der zum Beispiel... Ja, ja, ich auch. Ja, ich hatte auch schon so... Nein, 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 warum? Ja, als diese, als diese, äh, eine Frau da von hinten gefilmt wurde, die auch so... Ja, ja, ich... Das hat, das macht irgendwie, ähm, The Walking Dead in letzter Zeit sehr oft, ich glaub, das war, war ja auch vorletzte Folge oder so, oder irgendwo war das auch in der Folge, da war auch, sah auch so jemand... Ne, warte, das war, glaub ich, genau, das war, glaub ich, als Glenn vermisst wurde. Hat Maggie auch irgendwie einen Beißer gesehen, der so von hinten aus sah wie Glenn, aber es am Ende dann doch nicht war. Also, das macht, ähm, hier AMC auf jeden Fall schon mal relativ gerne Leute, halt so ein bisschen verarschen, aber lassen wir halt auch relativ schnell wieder auflösen. Ja. Ja. Ähm, also so, jetzt haben wir eigentlich gar nicht am Anfang der Ritter das Fazit, also das Vorab-Fazit, ich würd sagen, die Folgebesprechung hier ist natürlich jetzt etwas kürzer, es gibt nicht viel zu erzählen oder zu diskutieren, das war alles eigentlich relativ einsichtig, wir haben nochmal so grob zusammengefasst, nochmal kurz drüber diskutiert. Was jetzt da Sache war, ähm, ja, ihr habt selbst gesehen, wir sind selbst nicht immer einer Meinung, beziehungsweise wir sind halt auch nicht immer gleich informiert. Wir sprechen diese Folge vorher untereinander nicht ab, sondern, ähm, wir reden jetzt einfach drauf los, so wie man das auch in der Besprechung eigentlich macht. Wir klären auch nicht ab, du machst die Frage, ich mach die und so weiter. Also das ist ja eigentlich relativ spontan, ähm, ja, so hört sich das Ganze ja auch an, im Gegensatz zu unseren Review-Videos. Und ja, ähm, mein Fazit zu dieser Folge, das verfasse ich jetzt mal, und zwar, ich fand die Folge war mit, ja. Hast du dich auch vergessen, wo die nach Alexandria kam und dann erfahren musste, wer alles gestorben ist, beziehungsweise wieder offscreen, aber man hat halt später die Reaktion gesehen. Ja, erzähl du das mal. Ja, also die ist ja nach Alexandria gekommen, man hat gesehen, die war eigentlich, äh, fröhlich, so, weil die diese komische Brille auf hatte und so, hat so gut gelauchtet. Die ist ja auch schon so gegangen, die ist ja auch schon so, so happy gegangen. Dann, dann, wie dieses Tor geöffnet und die sieht da so, ähm, Eugene, so niedergeschmettert und dann wusste die eigentlich direkt, was los war. Ja, und ich denke auch, was man auch noch sagen muss, die haben doch da auch in Alexandria, wenn man da reingeht, direkt diese Wand mit den Opfern. Da stand ja wahrscheinlich Denise dann auch dran und, ja, da war Tara das natürlich schon direkt klar und sie saß am Ende ja auch bei ihr in der Praxis und hatte dann noch diesen kurzen Ausschnitt da mit, äh, Rosita, die dann sie fragt, ob sie irgendwas gefunden hat an Waffen oder so, das hat sie doch gesagt, oder? Ja, ob irgendwas da draußen ist und da hat Tara dann auch, ähm, nachgedacht, genau, nachgedacht, nachgedacht und dann letztendlich doch nein gesagt, denn die Folge hieß ja der Schwur oder Swear und sie sollte diesen Mädchen, äh, schwören, dass sie den, äh, also ihren Leuten nicht verrät, wo diese Kolonie, diese Gemeinschaft da von diesen Frauen ist. Und daran hat sich Tara vorerst auch gehalten, aber ich denke nicht, dass das lange ruht, also ich denke mal innerhalb der nächsten Folgen wird sie auch ausplaudern, wenn diese Frauen sich nicht von selbst nochmal zeigen. Aber ich habe mich auch gefragt, wenn das an der Küste ist und The Walking Dead eigentlich eher in Atlanta, also Georgia spielt, wie weit ist die bitte gelaufen? Ich kann gerade mal gucken. Ja, also ich meine, WTF, weil die hatte ja kein Auto und dass die allgemein so weit auch weg sind an der Küste und allgemein, das sind ja mit sicher 200, 300 Kilometer irgendwie, die die da hätte laufen müssen, wenn die irgendwie, keine Ahnung, kein Auto gefunden hat, das vorübergehend ging, also, die ist doch gelaufen oder bin ich jetzt irgendwie blind auf beiden Augen? Oder einfach nur blöd. Also es gibt in Georgia auch einen Küstenabschnitt, aber Atlanta liegt mehr im Land des Inneren, melde ich mich gerade nicht. Ja doch, die sind ja auch ein bisschen noch gelaufen. Fast ganz links an der Grenze von Georgia, also. Ja, aber die sind ja auch noch so ein bisschen, die sind ja auch immer in Georgia rumgereist, also die befinden sich ja eigentlich noch in Georgia. Es gibt auch eine Fanmap von The Walking Dead, wo alle Worte eingezeichnet sind, die werden wir, denke ich mal, im Finale mal einblenden, wenn wir daran denken. Dann können wir euch das dann auch mal zeigen. Ja, oder jetzt, wenn wir sie finden, ansonsten einfach im Finale mal kurz einblenden. Auf jeden Fall denke ich, weil die hat ja auch gesagt, die wäre so, wie weit ist die, die sind zwei Wochen gefahren, hat die gesagt. Ich denke mal, zwei Wochen Fahrt ist schon ordentlich, also ich denke mal, da kommt eigentlich einiges zusammen. Aber, dass sie so schnell dann von da hinten wieder nach Alexandria kommt, ist schon verwundlich. Ja, das, wirklich, also die ist ja nicht in ein Auto gestiegen, oder halt offscreen wieder, aber das hat man halt nicht gesehen. Obwohl, vielleicht weiß ja auch gar kein, gar nicht der Atlantik, sondern einfach ein See oder so. Ja, könnte auch sein, aber das ist irgendwie die Küste, die... Ja, da war ja auch Treibholz und sowas. Wir sollten uns das allgemein mal angewöhnen, vielleicht nochmal zu der Folge von letzter Woche nochmal kurz ein, zwei Sachen zu sagen, die vielleicht jetzt erst klar wurden oder so. Ja, wie gesagt, wenn wir uns daran erinnern, werden wir das auf jeden Fall nächste Folge nochmal kurz ansprechen, was das jetzt am Ende doch war. Oder ob das mit diesem mega schnellen Mandel von Terra überhaupt möglich war, dass sie sofort wieder in Alexandria ist. Gut, ja, jetzt darf ich endlich mein Fazit verfassen. Also, ich fand, das war mit Abstand die schwächste Folge von Staffel 7, aber, aber, muss man jetzt auch sagen, sie war nicht scheiße. Das soll das auf keinen Fall heißen. Sie war nicht schlecht, ganz im Gegenteil, sie war gut, aber wie gesagt, immer noch die schwächste der ganzen Staffel bis jetzt. Wir haben eine neue Location gesehen, ich fand das cool, dass das jetzt wieder so ein bisschen, ja, vom Klima her einfach so in eine wärmere Region gerückt ist, halt an so eine Küste. Und allgemein diese Location einfach von diesem Frauendorf und allgemein diese Gruppe, diese Frauen an sich, die wurden ja jetzt auch wieder als neue Charaktere vorgestellt. War relativ cool, aber wie gesagt, das war halt dieser berühmte The Walking Dead Lückenfüller, dass die einfach eine Folge irgendwie brauchten, wo sie das reinpacken. Man hätte diese ganze Story auch im Prinzip in 15 bis 20 Minuten, ja, da in eine Folge packen können und die restlichen Minuten dann irgendwie noch das Sanctuary zum Beispiel. Das wäre jetzt nur, ja, ein Vorschlag gewesen, wie vielleicht ich das hätte machen, wie ich das gemacht hätte. Aber, okay, wie war, also wie so deine, ja, Stimmung zu dieser Folge, beziehungsweise dein Fazit? Ja, es war eine, ja, nicht so aufregende Folge, aber die hat halt die Geschichte oder den Verlauf der sechsten, siebten Staffel enorm vorangebracht und ich wollte noch kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die sind in der, Alexandria ist bei Washington, das ist nicht mehr in Georgia. Bei Washington? Echt? Ja, ja. Und deshalb ist das auch gar nicht so weit weg von der Küste. Okay, Leute, dann werfen wir mal wieder was anderes in den Raum. Sie sind jetzt in Washington. Ja, in den Comics. Ja, also, okay, in den Comics wurde es aber auch nie wirklich gesagt, wo die sich in welchem Staat auch so befinden. Ja, aber die haben ja auch gesagt, die wollen nach Washington und dann... Ja, ja, wegen diesen, da war ja auch Beth, glaube ich. Und, ne, Beth war noch in Atlanta, da war ja noch dieses... Ja, aber die sind ja nach Washington gefahren. Auf jeden Fall, das Kingdom ist auch mitten in Washington drin, wollte ich nur sagen, jo. Okay, Leute, ein paar Gäste auf jeden Fall mit Atlanta. Wir haben uns letztens mal wieder verbessert. Gut. Zur nächsten Folge werden wir jetzt mal, also da werden wir jetzt mal nicht drauf eingehen, das werden wir dann in der Preview machen, die am Samstag kommt, also wir wollen jetzt schon mal nicht so viel vorab verraten. Wie gesagt, Samstagabend, 18 Uhr, kommt die Preview zu Episode 7. Bis dahin, macht's gut, letztes Wort geht an Robin, ciao. Okay, viel Spaß beim Zusehen, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass Terra das immer noch ausplaudert zu Rosita, dass es dieses Dorf gibt und dass die helfen könnten, aber ich glaube, ja, wo ich dich esse? Entschuldigung, ich hab mich grad verschluckt. Okay, kurze Aussage, tut mir leid. Okay, mach ich weiter. Okay, also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich hätte eigentlich gedacht, dass Terra noch am Ende zu Rosita hat, das Dorf im Event, aber, ähm, ich denk mal, ja, das wird... Ich hab grad was liebst rumgehustet, das schneid ich raus. Okay. Oder lass es trennen und tu es in die Outtakes, okay. Ich denk mal, dass, ähm, dass es noch später erwähnt wird. So, ähm, kann ich jetzt fertig gehen? Ja, jetzt geht's. Also, ich denk mal, dass es später erwähnt wird, um, also wenn die den Krieg vorbereiten oder den Kampf oder irgendwas...